Hallo? Bist du YouTuber? Ja. Wie heißt du? Joloplace Wie viele Abonnenten hast du? 208 oder... Hast du Lust mit mir ein Video jetzt aufzunehmen? Ich mach jetzt ein Live-Kommentary Ja, aber... Ich lad das gleich auf meinem Kanal direkt hoch Warte, ich muss mal gucken Machst du grad... Was machst du grad? Machst du grad ein Video? Nope DnaW wie LP Ja Da muss man ja ganz tief springen Wieso? Weil das irgendwie kindisch ist Ja, welche YouTuber schaust du denn? Nein, also mit diesem Namen Ja, das sind meine Lieblings-Youtuber, da darf ich mich auch so nennen Oder... nicht Nee, also ich fand das... Weil du so etwas älter klingst, deswegen Wie alt bist du denn? Ich bin 14 14 14? Ja Ja, wie alt bist du? Wie alt bist du denn? 15 Wie darfst du? Was geht so gut? Machst natürlich die Skoppen, ist weg am Start hier Das ist immer das gleiche Es ist immer das gleiche Ich will mal gucken, ob ich vielleicht noch ein Video hinkomme Ich will... Herzlich willkommen zu einem neuen Video Mann und... Machst du let's plays? Ja Nein Warum? Keine Ahnung Keine Ahnung Keine Ahnung Warum hab ich die Karte gemacht? Ah... Ja Doch Nein... Wie hast du mich gesehen? Oh, alles hat geschaffen Ich hab das geschaffen Ich hab dich gesehen Nein Ich bin nicht im Haus wirklich Okay Ähm... Ich bin... Ähm... Bus Da trägst du dich? Äh... Nein... Ich bin im Bus Bin im Bus eingestiegen Jaja Wirklich Hörn mich mal zu! Habst du gehört? Nee Ich fühl mich jetzt mit Stecken oder was? Hallo? Hallo? Ach, Dena. Ey, Jürgen, schieß mal. Ist das eine Skara? Du da warst. Ja. Dena. Da warst du. Wie spielst du deine Skara? Ey, Dena, wie dreckig spielst du. Wie geht das einer? Meine Klasse, der spiel ich immer. Weißt du, was du auf das G.H. machen musst? Nee. Kein Millimeter-Skanner auf jeden Fall. Aufwärtser. Aufwärtser, aufwärtser. Aufwärtser, weil ich nicht. Klar, der verschafft man so bestimmt. Ja, ja. Ah, ich weiß ein... Komm, spiel mit. Före, doch. Sch, ey. Ja. Wo hab ich nicht geschossen? Ich dachte, was nicht droht.